Vor etwas mehr als zwei Wochen habe ich ein Charity-Video zur Hashtag Team Seas hochgeladen, wo alle zwei Euro einen Kilogramm Müll aus dem Ozean weltweit entfernt, ja, um die Meeressiere zu schützen, Wasser zu reinigen und allgemein Müll zu entfernen. Mein Ziel war es, zusammen mit euch als Team Melone 4.444 Euro damit zu sammeln, ja, auch mit dem Hashtag Team Melone Ozean Design und insgesamt durch eure Unterstützung. Insgesamt haben wir 3.655 Euro nur mit dem Merch Design gemacht hier, 2.655 Artikel wurden verkauft, also pro verkauften Artikel leg ich 1 Euro gratis nochmal drauf, plus 1.500 Euro aus eigener Tasche und insgesamt kamen wir Team Melone damit auf 5.450 Euro, ja, und das ist krass. Ich habe das Ganze gespendet und die Ozeane werden dem X gereinigt. Echt danke an jedem, der euch da mitgemacht hat, ihr seid die Beste, wir haben es einfach geschafft hier, ihr seid die geilste Community und ich finde es gut, dass wir Team Melone somit die Welt zu einem besseren Ort machen können.